Moin, YouTube-Züge, wieder tatsächlich zu einem Neuf heute. Adventskalender 2020, Türchen Nummer 6. Das sind ja aber jetzt zwölf gewesen. Ich hab sechs und du hast auch sechs. Sechs plus sechs sind? Zwei. Wer hat sich denn jetzt vertan? Wir sollten uns vielleicht einigen, ne? Wer das macht, entweder du oder ich. Also, Türchen Nummer 6. So, der Luca geht mal das Tütchen holen. Das Tütchen. Mal gucken, ob heute wieder genauso schnell ist wie gestern. Ja, Wahnsinn. Okay, dann, komm her, setz dich mal hin. Ja, den können wir gleich rausholen. Da komm ich auch von hier dran. Deswegen steht das ja auch alles hier so, dass ich da dran komm. Ne? So. Also. Aber kannst du auch gerne da rausholen aus der Schublade. Vorne nicht zu feste ziehen. Die musst du weiter aufmachen. Nun musst du weiter aufmachen. No, nässt dir die so auf. Die machen wir morgen. Jetzt brechen wir uns wieder die Knochen. Die hat die Mama zugemacht, ja. Also wieder Knochen brechen. Ja, Mama hat Spruch, ne. Ich soll immer auch, ich soll noch eine Schere nehmen. So, Moment. Jetzt müssen wir aber hier was fertig machen. Moment, so. Oh, Entschuldigung. Ich bin dich morgen aus dem Vater. So. Türchen Nummer 6. Da und da. Okay. Ach, Jolli. Oh, Weia, oh, Weia, oh, Weia. Der Hahn licht keine. Was licht der Hahn nicht? Ein Ei. Genau. Oh, Weia, oh, Weia, oh, Weia. Der Hahn licht keine? Eier. 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 So. Jetzt müssen wir. Papa setzt wieder an. Und du knippst. Und los. Einmal. Warte, 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 warte. Jetzt. Los lassen. Du müsstest danach aufmachen, ne. Den Knipper. Sonst sehe ich das nicht. So, jetzt muss der Papa mal eben mit. Mal gucken. Also, erstmal. Den hier können wir abdrehen. Zack. So. Papa hält jetzt dran. Oh, ne, das ist doof. Darf ich den mal haben? Ganz kurz. Ich muss jetzt immer im selber gucken. Oh. Ach, du Scheinbleister ist das ein Teilchen hier. Müll. Oh. Auch Müll. So. Okay. Haben wir das da hier. Dankeschön, mein Schatz. Bitteschön, mein Mann. Oh, Mann. Wie dein Mann. Ich wusste gar nicht, dass wir beide... Hier. Da kommt noch was. Da oben. Was hast du gesagt? Ich wusste gar nicht, dass wir beide verheiratet sind. Nein. Ja, warum sagst du dann mein Mann zu mir? Keine Ahnung. Hä? Oh, den kleinen hier, den einen mach ich ab. Oh. Ne. Sonst schneidest du mir gleich dann den anderen ab. Das wollen wir ja nicht, oder? Und den Pinner ab. Ja. So. Jetzt darfst du wieder. Ja. Warte, Papa hält wieder hin. Jawohl. Nein. Woll. Sehr gut. So. So. Scheiße, ich würde heißen, jetzt muss ich ins Bett. Gleich, ja. Nach Aufnahme. So. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Also, wir müssen anfangen damit. Mit dem Teil. Genau. Super. Und das da brauchen wir. Ja, das brauchen wir gleich auch. Genau. Jetzt müssen wir den Pnüppel. Entschuldigung. Jetzt muss der Papa mal eben gucken, wie rum der hier dran muss. Und wo der hin muss. Der muss da hinten rein. Hä? Ah. Da. Okay. So. Bleibst du ein bisschen stehen? Ja. Okay. So. Und der hier muss jetzt... Hä? Nicht so wackeln. Nicht so wackeln. Nicht so wackeln. Ich? Warte nicht. Ja. Warum? Also eins. Zwei. Also der. Letztend waren wir bei fünf. Hä? Was ist denn das? Ah, deswegen. Moment. Wo ist der Knipser? Da ist noch was dran. So. So. Hey, hierbleiben. Wer meinst du? Hier das Teil meine ich. Was ist mich? Nein. Mich? Ich will nur mich. Hm. Hä? Ja, das kann ja nicht. Das muss doch weiter hier rein. So. Weiter geht er nicht. Okay. Lassen wir den mal so dran. Wir werden... ...sehen, was passiert. So. Jetzt geht's weiter. Ach so. Ah. Okay. Ja, das ist ja auch witzig. Jetzt mach ich den... ...da drauf. Baue den zusammen und muss dann warten, bis die nächsten Teile kommen, oder was? Ja, aber den kann ich doch schon dran machen, oder? Weil der kommt ja da unten dran. Und der kommt da dran. Also kann ich den doch schon dran machen hier. Ja, weil er zusammenbaut. So. Also machen wir jetzt den hier. Er zusammenbaut. Zusammenbaut. Den hier. So. So, hab ich gerade gemacht. Okay, ja. Und ich krieg den hier nicht dran. Ich hab zu dicke Finger. So, Moment. Dann holen wir mal eben ein bisschen Werkzeug. Weißt du, dass ich ab... Nein, ich hab das dran gedrückt. So. Da nochmal hin. Okay, dann tun wir uns das ab. Nein. So. Was ist das? Das ist eine Spitzzange, die man für solche Arbeiten sehr gut nutzen kann. Ja. So. Und jetzt hast du den. Und jetzt... Da ist ja auch nochmal dran. Och. Ernsthaft jetzt. Ja. Aber ich hab du gemacht. Ja. Und wie kommt der da jetzt dran? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube nicht. Boah, das ist aber auch hier wieder... Ah, das sagt man nicht, Luca. Vor allem nicht jetzt. Ah, so. Guckt mal. Ja, und das war's auch schon wieder von unserer Folge. Da ist der Adventskalender gewesen. Das Teil haben wir jetzt zusammengebaut. Was heißt, wir haben hier jetzt hier unten diese Stange dran gesetzt. Hier hinten noch so ein Rädchen. Und hier das Schwarze. Haben wir dran gemacht. Ja. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. Und jetzt gibt's eigentlich nur noch eins zu sagen. Und das wäre, Luca, 3, 2, 1 und... Tissi-Totter. Abonniert. Da könnt ihr ja auch teilen. Videos mehr verpasst. Euch geht's heute. Und euer Luca. Bis dahin. Tschüss.